dass ich einen Streamplan machen werde und das habe ich jetzt auch gemacht. Yo, hey Leute, was geht? Wir spielen heute mal wieder Trichump auf dem Bergwerk Labs Server und ich habe in der Folge einiges anzusprechen, also bleibt auf jeden Fall mal dran. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder mit dem To Sneaky For You Texture Pack am Start, beziehungsweise irgendwie heißt es anders, aber I don't care. Und, ja, geh, geh, wir fallen erstmal runter bei einem Easy-Modul, das ist ja auf jeden Fall richtig nice. Ähm, ja, ich habe jetzt ungefähr knapp 20 Minuten gebraucht, um überhaupt mal irgendein... Och Mensch, was ist denn da schon wieder los bei mir? Oh, das Modul ist so easy einfach und ich fail die ganze Zeit. Oh, meine Güte, ey. Das sind doch die einfachsten Sprünge der Welt. So, endlich sind wir bei Modul 2. Ja, was habe ich anzusprechen? Ich habe ja im letzten Stream gesagt, dass ich einen Streamplan machen werde und das habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, ja, also, wann werde ich streamen und zu welcher Uhrzeit? Ich werde vermutlich einmal unter der Woche streamen und das ist am Mittwoch, dann werde ich am Samstag versuchen zu streamen, beziehungsweise am Samstag ist es eigentlich safe, dass ich streame und dann vielleicht noch am Sonntag, das am Sonntag hängt halt einfach ganz davon ab, wie viel Zeit ich habe. Und der Streamplan ist ab nächste Woche gültig. Also, nächste Woche, Mittwoch ist dann sozusagen der nächste Stream und, äh, ach, hier geht es weiter. Äh, ja, da ist der nächste Stream, beziehungsweise vielleicht ist an diesem Wochenende auch noch ein Stream. Muss ich aber mal gucken, wie viel Zeit ich habe, denn ich habe, ähm, daheim ziemlich viel zu tun. Das heißt, ja, müssen wir mal gucken. Ich habe ja schon mal da drunter TryJump gebracht, da habe ich ein bisschen reingesackt. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ähm, ja, hier haben wir jetzt das Modul auf jeden Fall auch endlich geschafft. Sind jetzt beim nächsten, das ist ein Medium-Modul. Das sollte jetzt aber auch nicht zu schwer sein. Ach, lol, ey. Okay, wir haben irgendwie erst auch, wir haben erst auch irgendwie, alles klar, mein Deutsch. Und flieg, meine Freunde. So, jetzt haben wir wieder unsere, ja, unsere drei Fails. Das heißt, äh, jetzt ist es wieder easy, das Modul. Also, jetzt bekommen wir halt sau wenig Punkte für, das ist ein bisschen blöd, aber besser man schafft es, als wie, dass man es gar nicht schafft. Und jetzt sind wir hier auch wieder an einem Punkt angelangt, wo wir nicht weiterkommen und schon wieder runtergefallen. Okay, und, oh, mei. Alles klar, GGWP. Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, wir werden diese Runde wieder total verkacken. Das ist doch geschafft, meine Güte, ey. Okay, naja, und wir bekommen halt auch nur 150 Coins, das ist halt wirklich, ja, sehr low. Müssen wir jetzt hier rein. Ja, das ist ja sauschwer, ey. Da mache ich lieber die drei Fails voll. So, mal gucken. Haben wir jetzt schon drei? Okay, so schwer ist es dann doch nicht. So, hierher. Dahin. Hier hoch. Oh Gott, Saunsprünge. Hilfe, ey. Was sind wir hier? Müssen wir jetzt? Ja, genau. Ach so, das können wir ausklappen. Das ist ja dann natürlich ein bisschen einfacher. Müssen wir jetzt hier rum? Ne, wir müssen schon hier drauf. Oh mein Gott, Alter, ist das Modul schwer. Ich, ach okay, wir haben es zum Glück schon geschafft. Hätte ich jetzt noch gefailt, ne. Ich wäre so ausgerastet. Aber zum Glück haben wir es geschafft. Das ist jetzt auch eine No-Cut-Folge. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich, ja, nichts schneiden. Ähm, bis hin zu gar nichts schneiden. Denn, ja, ich habe nicht viel Zeit und dachte, mit TryJump ist auch ein cooler Modus zum Reden. Ähm, ja. Wir haben jetzt auch schon wieder unsere drei Fails, glaube ich, zusammen gehabt, dass wir, ähm, eine Vereinfachung bekommen für das Modul. So, zack, zack, zack. Hier können wir hoch, hier hin. Oh, nein. Mate, das war schade. Oh Gott, jetzt geht das im Chat schon wieder los. Bitte nicht. Bitte nicht. Das regt so auf. Das ist so nervig, wenn da die ganze Zeit diese Meldung kommt. Unable to locate, sign it. Ich hasse es. So, ah, abgrundtief. So, jetzt sind wir hier drin in dem Käfig. Ähm, so, so, und so. Nice, wir haben auf jeden Fall auch nochmal 200 Punkte erhalten. Ähm, keine Ahnung, wie viele Units gibt es hier? 10, 12, ich weiß es nicht auswendig. Okay. Den Sprung werde ich wahrscheinlich ohne Hilfe nie schaffen. Oh, mate. Och, nochmal. Guck mal, ja, nice. So, ähm, so, äh, so. So, da, la, hier hin. Und auch geschafft. Also, man sieht, der Spielmodus ist auch was für Leute, die in Jump'n'Rand grottenschlecht sind. Ähm, so, hier, okay, hier ging es dann irgendwie doch nicht hoch. Das ist jetzt ein Extremmodul. Äh, ob ich das jetzt noch schaffe? Ich werde es bezweifeln. Ja, weil der Sprung, der ist ja halt einfach schon wirklich echt extrem schwer. Da habe ich jetzt, ja, da habe ich Hilfe bekommen. Das ist auf jeden Fall gut. Der eine ist, äh, ja, bald bei 100 Prozent. Also, der ist bald im Ziel. Und, ja, der Sprung, der hier ist auf jeden Fall auch total easy. Ähm, und er ist im Ziel. Alles klar, wir haben 1800 Token. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in der, ja, ähm, in der Einkaufsphase. So, wir gönnen uns erstmal ein Schwert für 200 Token. Verzaubern das einmal. So, was haben wir? Schöpnis 1. Wieviel Token habe ich noch? So, Schöpnis 2, Knockback 2, okay. Anrüstung, können wir uns ein Eisending gönnen? Ja, auf jeden Fall. Dann, äh, Chainhose, Chainschuhe. Warum kaufe ich mir zweimal Schuhe? Ähm, kann ich die auch wieder zurückgeben irgendwie? Und dazu haben wir uns vielleicht noch das hier und noch was zum Essen. So, und jetzt geben wir auch Slash Skip ein, dass wir skippen. Wir haben jetzt, ja, nicht das beste Equip. Ich habe so das leichte Gefühl, dass wir halt wieder verkacken werden. Wir haben hier einen Stone Sword, zwar mit Sharp 2. Aber es macht halt auch 7,5 Attack Damage. Und es gibt hier halt auch Leute, ne, die haben was Besseres. Zum Beispiel er hier. Alles klar, Mann, fokuss mich halt. Warum? Mate. Okay, nice, den habe ich. Jetzt bekomme ich einen Regenerationseffekt. Sind hier natürlich auch nicht schlecht dabei. Mal gucken. Können wir vielleicht den machen? Wir haben noch Regen gehabt, ein bisschen. Okay. Ähm, ich habe jetzt so das leichte Gefühl. Ja, GG, heil dich wieder voll. Safe, Junge. Und der kann mich schon schlagen. Was ist denn das? Hier hinten kann ich vielleicht abstorben. Hammer. Jetzt muss ich hier irgendwie raus. Ah, nein, da hat er mir dann nochmal einen Double Hit mitgegeben. Der geht ganz gut ab. Dieser, jetzt, like, Pad. Den hier können wir vielleicht machen. Oh, nice, den haben wir bekommen. Das ist natürlich gut. Schaut mal, dass ich mich hier hinverkrieche. Gut. Haben wir jetzt akzeptables Equipment. Und da gibt es jetzt nur noch einen, diesen Domi, irgendwas. Und irgendeinen anderen, der sich irgendwo verkämmt. Ja, gegen ihn hier können wir halt wenig machen. Genauso wie gegen diesen It's like Pad. Na, Rot konnte ich mir jetzt natürlich auch nicht leisten. Ja. Geh halt noch mehr ab, Junge. Genau, safe call. Okay, ja, er hat ja auch das viel bessere Equip. Und ich würde mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einfach ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Sonntag bei einem Stream. Also bis dahin, haut rein. Ich bin raus. Ciao. Ciao.